Haben Sie eine Drohne und möchten am liebsten sofort fliegen? Sie müssen sich vorher nur noch mit einigen Regeln vertraut machen. Je nachdem, in welcher Betriebskategorie geflogen werden soll, gelten unterschiedliche Bestimmungen. Der Drohnenbetrieb kann in drei Kategorien unterteilt werden. Open, Specific und Certified. Fällt Ihr geplanter Flug unter die Kategorie Specific und keines der veröffentlichten Standard-Szenarien oder Predefined Risk Assessments deckt die Parameter Ihres Fluges ab, dann muss im Zuge der Antragstellung der Betriebsbewilligung eine Risikobewertung durchgeführt werden. Im Folgenden werden wir die in der Specific-Kategorie notwendige Risikobewertung detailliert erklären. Dabei handelt es sich um das sogenannte Specific Operation Risk Assessment, kurz SORA. SORA muss analog zu einem definierten Prozess durchgeführt werden, um bereits vor dem Flug das Betriebsrisiko genau abschätzen zu können. Die Sicherheit des Drohneneinsatzes steht immer im Vordergrund. Bei SORA fließen in die Bewertung nicht nur interne Faktoren ein, wie die Anforderungen an die Drohne, sondern auch externe, wie beispielsweise die Betriebsumgebung. Innerhalb des rechtlichen Rahmens kann ein risikoreicher Flugbetrieb mittels Risikominderungsmaßnahmen sicherer gestaltet werden. Diese Maßnahmen werden durch die Antragstellerin oder den Antragsteller bestimmt und sind weitestgehend deskriptive Ansätze. Die Risikobewertung wird von der Antragstellerin oder dem Antragsteller durchgeführt und folgt den von der Europäischen Agentur für Flugsicherheit der EASA veröffentlichten Regeln und Leitlinien. Aus der durchgeführten Risikobewertung werden die erforderlichen Auflagen festgelegt und die davon abgeleiteten Anforderungen an den Betrieb, die notwendigen Kompetenzen der Drohnenpilotinnen und Piloten und alle technischen Vorgaben der Drohne festgelegt, um so das Betriebsrisiko möglichst gering zu halten. Im ersten Schritt des SORA-Verfahrens muss die Antragstellerin oder der Antragsteller die relevanten technischen und betrieblichen Informationen vorlegen. Das Concept of Operations, kurz CONOPS, beschreibt den geplanten Einsatz in dem für die Risikobewertung notwendigen Detaillierungsgrad. Das Betriebskonzept beschreibt nicht nur den Betrieb, sondern gibt auch einen Einblick in die betriebliche Sicherheitskultur des Betreibers. Das Operations Manual beinhaltet alle relevanten Informationen für die Betreiberin und den Betreiber und legt die anzuwendenden Checklisten und Prozesse fest. In SORA werden zwei Risikoarten unterschieden, das Boden- und das Luftrisiko. Unter Bodenrisiko, auch als Ground Risk bezeichnet, versteht man die Gefahr, Personen mittels der Drohne zu verletzen. Hingegen beschreibt das Luftrisiko, im Englischen Air Risk, die Wahrscheinlichkeit, dass eine Drohne mit einem bemannten Luftfahrzeug kollidiert. Für beide Risikoarten werden unterschiedliche Bewertungskriterien seitens EASA bereitgestellt. Wie bestimmt man nun das Bodenrisiko? Allgemein beschreibt das Bodenrisiko die zu erwartende kinetische Energie und das Ausmaß des Bereichs, die bei einem Absturz betroffen wären. Wie erwähnt, wird das Bodenrisiko in unterschiedliche Klassen unterteilt. Dabei fokussiert sich die Bestimmung der Klasse auf drei wesentliche Parameter. Betrachtet wird erstens die charakteristische Dimension der Drohne. Darunter versteht man beispielsweise die Spannweite des Flügels oder den Rotordurchmesser. Zweitens muss die zu erwartende kinetische Energie der Drohne bei einem Absturz berechnet werden. Wenn die berechnete Energie einer Spalte zugeordnet wird, die rechts von der Spalte der charakteristischen Dimension liegt, dann ist die höhere Bewertung anzuwenden. Der dritte Schritt ist, das Betriebsszenario zu definieren. Dabei unterscheidet man, ob es sich zum Beispiel um einen Flug in oder außerhalb der Sichtverbindung handelt und ob der Betrieb in einem dicht besiedelten Gebiet oder über Menschenansammlungen stattfinden soll. Sind diese Parameter bestimmt worden, kann mithilfe der Tabelle die Risikoklasse für das Bodenrisiko festgelegt werden. Wird das Risiko als zu hoch eingeschätzt, gibt es die Möglichkeit, mithilfe von Risikominderungsmaßnahmen ein niedrigeres Bodenrisiko darzustellen. Diese Maßnahmen dienen dazu nachzuweisen, dass dadurch die Anzahl der gefährdeten Personen am Boden reduziert wird. Aufgeteilt werden die Maßnahmen in drei Flugphasen. Die erste Phase betrifft Maßnahmen, die vor dem Flug getroffen werden. Ein Beispiel dafür wäre ein Flug, bei dem die Drohne in einem abgegrenzten Bereich eingeschlossen ist. Der Flug selbst bildet die zweite Phase. Hier können Risikominderungsmaßnahmen gesetzt werden, die die Auswirkungen eines Aufpralls am Boden verringern. Ein Fallschirm wäre hier zum Beispiel ein Lösungsansatz. Für die letzte Flugphase könnte die Erstellung eines Notfallplans eine zulässige Maßnahme zur Risikominimierung darstellen. Nach der Erstellung der Risikominderungsmaßnahmen werden die Ergebnisse mit Punkten bewertet. Diese Punkte werden zu der Bewertung des ursprünglichen Bodenrisikos addiert und bilden das finale Bodenrisiko. Nachdem die Bewertung des Bodenrisikos abgeschlossen wurde, ist der nächste Schritt die Bestimmung des Luftrisikos. Das sogenannte Air Risk wird durch die Charakteristika des Luftraums bestimmt, in dem der Drohneneinsatz stattfinden soll. Zunächst wird betrachtet, ob der Betrieb in der Nähe von Flughäfen bzw. von Flugplätzen stattfinden wird. Ebenfalls wird bei der Risikoanalyse die Flughöhe des Betriebs bewertet und außerdem überprüft, ob es sich hierbei um einen kontrollierten oder unkontrollierten Luftraum handelt. Die Überprüfung der Besiedelungsdichte des Gebietes vervollständigt die Risikofaktoren. Eingeteilt wird das Luftrisiko in vier Kategorien. A, B, C oder D. Mithilfe der hier gezeigten Übersicht können Sie durch die festgelegten Risikofaktoren bestimmen, in welche Risikostufe der geplante Einsatz fällt. Beispielsweise werden Flüge in besiedelten Gebieten oder im kontrollierten Luftraum mit einem höheren Risiko eingestuft und fallen daher in die Risikoklassen C oder D. Für diese werden folglich strengere Auflagen und Risikominderungsmaßnahmen festgelegt, als etwa bei den Klassen A oder B. So wie es beim Bodenrisiko möglich ist, kann auch beim Luftrisiko durch Risikominderungsmaßnahmen das Risiko gesenkt werden. Man unterscheidet hier zwischen strategischen und taktischen Maßnahmen. Bei den strategischen Maßnahmen handelt es sich um betriebliche Einschränkungen, die von der Betreiberin oder vom Betreiber gesteuert werden können. Diese sind beispielsweise das Vermeiden von Flügen in Lufträumen mit hoher Verkehrsdichte oder die Beschränkung der Flugzeit. Hingegen bestehen taktische Maßnahmen aus Regeln und Strukturen, die die Drohne während des Fluges unterstützen. Das sind beispielsweise Detect and Avoid Systeme, die Luftkollisionen verhindern sollen oder Staffelungsvorschriften, die Drohnen mit einem Höhenabstand voneinander trennen. Nach der Bestimmung des Boden- und des Luftrisikos wird das Specific Assurance and Integrity Level, kurz SAIL, bestimmt. Das SAIL ist ein Wert, der das Gesamtrisiko, zusammengesetzt aus den beiden oben dargelegten Risikoarten, festlegt. Das resultierende SAIL hat direkte Auswirkungen auf die betrieblichen und technischen Anforderungen an den Betrieb. In der abgebildeten Tabelle sehen Sie die unterschiedlichen SAIL-Klassen. Allgemein ist festzuhalten, dass ab einem SAIL von 3 bestimmte technische Zertifizierungsmaßnahmen erforderlich sein können. Ab einem Wert von 5 wird eine Zertifizierung der Drohne durch die EASA vorausgesetzt. Jedes ermittelte SAIL führt zu einem Operational Safety Objective, abgekürzt OSO. Hier handelt es sich um ein Bewertungsmaß für Sicherheitsmaßnahmen des Betriebs. Maßnahmen werden in Form von OSOs bewertet und dadurch wird deren Robustheit bestimmt. Dabei geht es um Definition von Anforderungen bei technischen Problemen der Drohne, externe Systeme, die den UAS-Betrieb unterstützen, menschliches Versagen oder auch ungünstige Betriebsbedingungen. Je nach SAIL müssen die OSOs bestimmte Kriterien erfüllen. Dabei unterscheidet man vier Grade. Null, Low, Medium und High, die die Robustheit festlegen. Diese Robustheit definiert folglich den Prüfungsumfang durch die zuständige Behörde. Nach Berücksichtigung der Operational Safety Objectives ist eine Bewertung des angrenzenden Gebiets bzw. des angrenzenden Luftraums notwendig. Dabei geht es um die Auswirkungen, wenn die Drohne während des Fluges außerhalb des geplanten Betriebsbereiches die Kontrolle verliert. Um solche Vorfälle bereits im Vorfeld abzudecken, gelten je nach Umgebungsbereich spezielle technische Anforderungen. Unterschieden werden das Basic und das Enhanced Containment. Das Basic Containment fordert, dass der Betriebsbereich durch keinen Vorfall verlassen werden kann. Beim Enhanced Containment werden bestimmte Ausfallswahrscheinlichkeiten und Nachweise für Soft- und Hardware gefordert, die ein Verlassen des Betriebsbereichs verhindern. Hier kann zusätzlich eine Prüfung durch die EASA notwendig werden. Am Ende des SORA-Prozesses ist ein Sicherheitsportfolio von der Betreiberin oder dem Betreiber anzufertigen. Dieses muss detaillierte Informationen über die Minderungsmaßnahmen des Bodenrisikos sowie des strategischen als auch taktischen Luftrisikos beinhalten. Auch die Maßnahmen für das angrenzende Gebiet und den angrenzenden Luftraum sowie die Operational Safety Objectives müssen dabei genannt werden. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass SORA mit der Erstellung des Betriebskonzepts beginnt. Nachdem dieses erstellt worden ist, starten sie mit der Bewertung des Bodenrisikos und der Festlegung der Risikominderungsmaßnahmen. Ergibt die Bewertung der Bodenrisikoklasse einen Wert größer 7, fällt der Flug in die Kategorie Certified und eine Zertifizierung wäre zwingend notwendig. Ist der Wert kleiner oder gleich 7, muss mit der Ermittlung des Luftrisikos begonnen werden. Nachdem das initiale Luftrisiko bestimmt worden ist, setzen sie mit der Festlegung sowohl der strategischen als auch der taktischen Minderungsmaßnahmen fort. Danach erfolgt die Specific Assurance and Integrity Level Bestimmung, wo mit Hilfe des berechneten Boden- und Luftrisikos festgelegt wird, ob Zertifizierungsmaßnahmen seitens der Technik oder der EASA notwendig sind. Mit der bestimmten SAIL wird ein zugehöriges Operational Safety Objective ermittelt, das die unterschiedlichen Anforderungen an das Fluggerät und den Betrieb definiert. Zum Ende des Prozesses bewerten sie das angrenzende Gebiet und beachten die Regeln des Basic und Enhanced Containments. Darauf basierend erstellen sie ein Sicherheitsportfolio, in dem gezeigt wird, dass alle Risikominderungsmaßnahmen und Anforderungen ausreichend erfüllt werden. Falls alle Anforderungen erfüllt werden, kann die Betriebsbewilligung in der Kategorie Spezifik ausgestellt werden. Nähere Informationen und Downloads finden Sie bei uns auf www.dronespace.at und für Ihre Fragen stehen wir gerne unter dronespace.at zur Verfügung. Schicken Sie uns bitte einfach ein E-Mail. Viel Freude beim sicheren Fliegen mit Ihrer Drohne. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.